Sind doch alle wieder am Arsch der Wild hier. Spawne ich einfach mal zufällig. Oh Gott, ich bin wieder hier. Da werde ich doch direkt gleich wieder gekillt. Hier sind sie doch immer alle. Na, da oben ist einer von mir. Das ist gut. Habe ich den schon mal als Deckung? Was ist das denn jetzt? Ich wollte doch ganz nach oben. Ach, ich bin schon ganz oben, mein Gott. Wo ist denn hier nochmal einer? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja, das war meiner. Gott sei Dank, ey. Ich dachte, der killt den wieder. Ja, ist klar, von... Runter, runter, runter. Wow, wow, wow. Na, das war Fail. Och, Mann. So jetzt läuft's momentan echt nicht gut. Also, das muss man schon sagen. Vielleicht sollte ich auch mal eine andere Klasse nehmen, aber irgendwie... ...habe ich jetzt keine Lust... ...auf Sturmsoldaten. ...habe ich da wahrscheinlich noch schlechter bin. Vielleicht ist der komische Sniper-Typ hier noch. Ne, ist er nicht. Ja, ist klar, ey. Wo war... ...ah, so blödes Arschloch, ey. ...ah, so blödes Arschloch, ey. ...eine Kacke ist das. Unfassbar. Unser Squad ist in Führung, aber nicht wegen mir. Das braucht er nicht glauben. ...ah, so blödes Arschloch, ey. ...habe ich hier nicht Kontakt zu den feindlichen Schützen. Na, was willst du? Ich schmeiß mal eine Granate da... ...ah, ja, genau. Du glaubst aber auch nur du, dass du da rumstehen kannst und töten kannst, ey. Da sieht mir dann nichts gefallen, sowas hier. Ach. Ich bin doof. Das sind alles nur Sniper, meine Typen, ne? Der nicht. Mann, Mann. Echt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, weil wo bin ich denn schon wieder hier? Okay, hinter mir, was soll denn die Scheiße? Kann doch nicht sein. So. Ja. Genau, ist klar, ist klar, ist klar. Das brauchst du aber nur versuchen hier. Mich von hinten zu killen mit deiner Kack-Sniper. Da ist, glaube ich, aber echt, jetzt geht's los. Ja, ist eh klar, ist eh klar, ist eh klar. Ey, was ist denn das für ein Volltrottel? Ganzes Magazin von dem einen, ganzes Magazin von der Pistole und trotzdem noch nicht da und der schießt mich wieder... Ey. Ey. Ich muss einfach auf den Kopf zielen, ja, aber dafür bin ich zu doof. So, jetzt gib mir mal ein bisschen Deckung hier, Kollege. Ja, ist eh klar, ne? Baller noch ein bisschen mehr gestört hier rum. So, wo ist jetzt hier noch einer? What the fuck? Von wo? Ja, komm. Versuch's. Versuch's, ja. Aha, 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 aha. Ja, ich hab ihn noch, ich hab ihn noch. Ich bin aber trotzdem schlecht. Muss man schon sagen. So. Och, wieder hier, ey, da bin ich doch direkt wieder down. Ich geh einfach mal in das Haus hier rein. Vielleicht sind da nicht so viele. Ah, da ist keiner. Ne. Okay. Gott, bin ich schlecht. Vier Kills hab ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Campers Noob, ja, schreibt's doch noch ein bisschen mehr. Kommt lieber mal her, ich will euch killen. Okay, das klingt nicht gut, hier wird geschossen. Da helfe ich doch meinen Kollegen direkt mal. Oh, Mann, ey. Ich laufe hier einfach nur verplant rum. So. Ist hier oben einer. Wow, ey, 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 ey. So. Kommt hier noch einer, ha? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Huh. Na, kommst du hoch? Nee, kommst du natürlich nicht. Ist klar, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Yes. Oh, schade. Naja. Egal. Wo spawnen wir denn bei dem hier. So. Warte, du kannst mich da oben jetzt mal sowas von am Arsch lecken. Naja, das war leider nix. Yes. Oh, nur Hilfe bei Kill. Dann könnte ich mal einen töten und dann zählt's nicht für mich. Ist ja wieder eh klar. Mhm, Kampfgewehr ist klar. Arschgeige. Ach, Mann. So. Ähm. Jetzt ist hier keiner, oder was? Oh, da hinten ist gerade einer down gegangen. Aber der wurde schon von unserem Kollegen abgeballert. So. So. Schießen wir mal da hoch. Oh, gewonnen. Juhu. Ich hab nix gemacht, aber wir haben gewonnen. Danke an meine Teamkollegen, ne? So. Oh, bin ich schlecht. Oh. Das will ich doch gar nicht sehen, sowas hier. Ich spiel jetzt, glaub ich, mal eine Runde was anderes. Wobei ich ich melde einfach eine andere Map. Was sind das für eine Map hier? Das ist, äh, Oase. Ja, das könnte ich nochmal testen. Die nochmal als letzte. Aber mit einer anderen Klasse, würde ich sagen. Spiel ich, glaub ich, mal. Äh, wo geht man denn rein? Gehen wir mal da rein. Sturmsoldat. Was nehmen wir denn für eine Waffe? Nehmen wir die hier. Ähm. Granaten. Ja, 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 ja. Okay, das passt soweit. Gut. Mal gucken. Na toll. So. Also. Dann schauen wir mal. Was hier so abgeht. Die campen doch bestimmt wieder in den Häusern hier drin rum. Ja, brauchst du gar nicht versuchen da oben, ne? So, machen wir da mal auf. Ah, ist klar. Wo stand denn der, bitteschön? Der muss hinter mir gewesen sein. Ach, alle down. So. Okay. Es ist doch nicht zu fassen. Was soll denn das? Leck mich. Wo ist der hinter mir? Kann doch nicht sein, dass der eine Typ mir die ganze Zeit davon rennt. So. Ist natürlich auch keiner drin. So, jetzt bist du aber down hier. So. Lass ihn mir nicht gefallen, sowas hier. So, wegen mir haben sie jetzt die Führung. Ist doch toll. Warte mal aufmachen. Ja, genau. Messer daneben. Sowas schaffe auch nur ich. Äh, äh, äh. Was geht hier ab? Was seid denn ihr? Das gibt's doch gar nicht. Ich finde einfach keinen Gegner mehr. Ich wette, mich findet gleich einer. Dann bin ich wieder down. Mhm. Hm. Das gibt's auch nicht. Ja, ist klar. Ja, natürlich. Ja, klar. Schieß doch mal von irgendwo. Ja, aus dem Fenster. Nee, ist eh klar. Ach. Camper-Arsch-Geige. Ma, ihr Sniper doch nicht hier mitten am Arsch der Welt rum. Wo soll ich denn noch spawnen? Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt hole ich mir erstmal den scheiß Camper da. Nein. Moment. So, erstmal den da. Jetzt hole ich mir den blöden Sanitäter in dem Haus da. hoffentlich ohne zu sterben. Ich gehe wahrscheinlich eh gleich wieder drauf. Dann kriegt er erstmal eine Granate zum Spielen. Aber die ging voll daneben. Mal gucken. Na, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? La 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 la. Nein, du bist schon weg, ja. Du bist ja ein ganz toller. Bist du auf dem Dach vielleicht? Nein, bist du nicht. Ey. 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 Ey.